Da nehmen wir ein bisschen Schampon, Schampon, Schampon. Nice Kakao. Ich sehe auch gerade Bock auf den heißen Kakao. Au! Du bist Kerr. Gib mir doch einfach nur die scheiß Kaka-Valubrins. Oh, da kriege ich hier in den Thron noch. Glaube ich aber nicht. So, eine der letzten Thronen. Doch, kriegen wir. Soldatenrüstung. Extrem widerstandsfähige Rüstung, die nur die höchstreinigen Soldaten der Armee von General Gaius tragen. Wir sehen können, auch ziemlich gut. Und 20 Hundertmarken. Die besten Sachen brauchen immer 20 Hundertmarken. Weiß der Himmel warum. Zack. Dann kann ich auch in den schräglichen Regen der Verwüstung anziehen. Und dann haben wir 9700 Fidgetchan. Perfekt. Dann nicht ganz perfekt, aber... ...schön und gut dabei. Da kam was von oben her. Ne, mit. Das ist ziemlich cool, wenn unsere scheiß Riesenschiff immer mit der Klinge... Au. Wir regnieren uns jetzt schon um 40. Das ist schon mal... Hey. Okay. Kritisch straffer 5870 für einen Tick. Hier nochmal speichern. Wie viel Prozent haben wir jetzt? 109 Prozent. Und wir sind ja noch nicht fertig. Ja. Entweder dahin, oder... Hier krieg ich 720 Schaden. Hier krieg ich ein bisschen weg. Hab ich nicht. Jungen. Jungen. Gott, ein Ring. Schrägliche Ring. Der Verwüstung. Das war's. Au. Ich hab's ein bisschen Lava erwischt. Das hat nur 8 Schaden gemacht. Leck mich am Arsch. Ich dachte, so Quatsch ist das. Wurscht nicht. Ich hab's nicht gemerkt. Die Bope kann ich gemerkt. Au. Aber ein bisschen zu viel. Wann halt so? Komm mit. Böck dich nicht. Auch. Aber ich hab's nicht gemerkt. Aua. Böck zu viel. Also. Ich hab's nicht gemerkt. So, kann man das noch als Wand tun. Rechts, von oben, oben, rechts, oben, oben. Und, schrecklich wegen der Verwüstung als Bauchplatz. Hey, den hatten wir ja noch gar nicht. Jetzt direkt der nächste Schatz versteckt. Ich bin schon auf sich nicht dort. Und wir haben doch nur noch einen Schlüssel. Rechts, um, links, links, rechts, um. Und daraus kriegen wir Lasagne. Schön. Schön, dass das hier. Ich nehme Schmack nicht. Wenn es sich verbringt. Nein, es ist immer schön, als das selbe. Aber hier ist noch was versteckt. So kann man halt kompensieren, wenn so ein Scheiß hier. Äh, nein. Charakter. Ähm, dum, 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 dum. Gesundheit. Würfelburger. Klar, wofür. Wenn ihr euch. Wir sehen können, da ist was. Ein Schlüssel. Schöne Sache. Und das Schlüssel jetzt. Das heißt, es gibt mindestens so eine Tour. Ah, hab ich denn wieder richtig gesehen? Nee, BAM! Schönes, totales Chaos. Ah, Semithrarin. Please, Dust is fine. Well, Dust, we got this teleporter up and running just a few moments ago. If you have any business elsewhere, now is the time to do it. Once the charge begins, there is no turning back. I understand. Thank you, my friend. Also, das ist nochmal ein freundlicher, äh, Erinnerungsberuf, dass man hiermit zum Teleport am Anfang kommen kann. Und auch zurück. Aber, das ist total unwichtig, weil man kann, ein bisschen weiter nach vorne gehen und sich einfach raus teleportieren und wieder rein. Das ist, das ist absolut kein Thema. Ow. 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 Au! Da hab ich noch gewicht. Jetzt hat der Knödel auch die Motschütte entgegen. Jetzt hat der Knödel auch die Motschütte entgegen. Da war einer. Jetzt sehen wir. Schatz, ich weiß ein Punkt. Das ist kein Thema. Mithraren! Wir können nicht weiter gehen. Es sind sehr stark. Du musst einen Weg finden, um ihre Flächen zu lösen. So kannst du sie zuerst. Danke! Also man könnte es auch ruhig probieren, aber das ist absolut falsch. Ah, hallo wieder mein Freund. Ich bin ein Stranger. Zwei Wiedergeburtssteine. Vierfache Abwehr. So ist gut. Jetzt sind wir absolut pleite. War fast ab. Aber... Wir sind gut los jetzt. Hat man fast gar nicht gesehen, ne? Aber hier ist noch ein Schlüssel. Ich weiß. Was? Zwei. Drei. Hui. So ist deutlich noch mehr. Zwei. Zwei. Zum Beispiel die Schatzreie. Nein. Käse. Oh. Runter. Runter. Rechts. Links. Rechts. Ein paar Würfelburger. Knäse. Alles schön gut. Zuck. Achja, das muss ich immer so machen. Stimmt. 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 Und so. 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 Das ist ein Scheiß auch. Und so. Wie denn, bei denen sind sind in diesem Scheiß gefangen ist ist das keine Überlebenden denn? noch schnell sich die level ab, glaub warum nicht noch angebot rein hallo gerne noch hier 1467 pro dick gerne ist ja duft wie viel kommen wir können Das ist schon mehr ein Kampf als so normale Viecher. Er hat mich da unten erwischt, ist klar. Dann schau doch nicht. Du kannst es auch so machen. Und wie es sehen können, brauchen wir eine Bombe. Und die Sonne schau. Wo war der eine Bombe? Militär-Upgrade. Jetzt hätten wir ein geile Gefolge des Militärs, wie sie von den Soldaten des Königs verwenden würden. Der braucht nämlich nur 10. Der mit Varian hat, glaube ich, 20 gebraucht. Aber wir haben ja eh das bessere. Geile, bessere Dingelchen. Achso, müssen wir hier eh noch ein paar Karonflat machen. Haben wir auch schon. Ja, ich springe noch hin. Das ist mir doch egal. Hier ist die Bombe hier im Omen. Ach nee, das ist gar keine Vorsichtbar. Oh, ist denn der hier geflogen? Hä? Die springen durch den Boden, alles klar. Ich bin doch nicht mehr durch die Bildschirke gelaufen. Ja, alles klar. Ja, ich bin doch schon gestorben. Hier oben ist die nur noch. Die dumme Kanone. Also was, wo wir eigentlich haben. Das kommt neben unserem Siegesfeld zu. Ein bisschen ein-dämmig. So, hier nach oben. Noch nicht. Oha, ich hab fast die Lava geknutscht. Noch mehr Schlüssel. Alter Schalter. Das war der richtige Weg, meine ich. Au. Das war ne Kanone. Äh, Kanone. Nein. Dann nicht hier lang. Gespeichert. Und dann gibt's. So, kann man nicht auch noch einen Menschenweg gestalten? So. Mit nem Hochzeitsring. Stimmt aber ja was. 20 Regen, 20 Angriff, 20 Verteidigung, 2-fach Fitchert, 2-fach Gold, 3-fach Objekt, 1,5 LP, oder so 20 Glück. Das ist schon ein ziemlich geiles Teil. Aber leider macht Fitchert Schaden runter, ne? Ne, das ist leider nur zweifach Fitchert. Deswegen behalte ich auch den Schrägmischen Ring der Verwüstung. Weil Fitchert Schaden einfach best ist. Boah, nein, da wollen wir nicht runter. Damit ich da nicht vorbeikann, müssen wir sowas machen. Wow, Lava. Ähm, ja, wie? Ach ja. So, man hättet ein bisschen warten müssen. Stimmt. Brauchen wir aber nicht. Und hier, wir drehen mal hinten. Hinter diesen doofen Kalonen. Wenn du Luft zu bringen war, den größten Fehler, mein Freund. Au. Viel Schaden. Okay. Au. Noch ein Schlüssel. Alter Schalter. Gibt's noch nicht. Noch ein paar mehr Schlüssel, als ich gedacht habe. Ich taue auch mir selbst 600 Schaden rein. Na, hallo, taue auch. Nein. Schon wieder hinten. So, wir haben jetzt 111 Prozent. Naja, ich würde sagen, hier machen wir Schluss vorerst. Und dann in der nächsten Session würde ich sagen, das Ende wartet. Oder wenn ich so weit komme. Bei meinem Glück könnte das vielleicht noch ein bisschen mehr dauern. Also, ich bin der Meras. Das ist das. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich. Also, bis dahin. Bye, bye.